Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Redstone Tutorial. Diesmal wieder mit einem geheimen Gang, Schrägstrich einer geheimen Base. Wie du da reinkommst ist ganz easy. Du musst nur mit dem Bogen hier ungefähr so auf diese Ecke zielen und jetzt kannst du hier schnell rein und es geht wieder zu. Ich glaube super easy zu bauen und wie du siehst absolut nicht zu entdecken. Es sei denn du weißt wo. Wie das ganze funktioniert zeige ich dir jetzt sofort. Für unsere Base brauchen wir Blöcke deiner Wahl. Vorzugsweise welche die dieselben sind wie die wo sich deine Base befinden soll. Ich habe hier schon mal so eine Ecke vorbereitet. Also sprich Erde in meinem Fall. Ansonsten noch Redstone Fackeln, Redstone, Sticky Pistons und eine Holzdruckplatte. Jetzt haben wir hier so eine schöne Ecke gefunden wo du deine geheime Base bauen möchtest und dann bauen wir einfach oder machen einfach die beiden Blöcke hier weg. Geradeaus einmal nach rechts auf derselben Ebene. Machen wir am besten direkt noch ein bisschen weiter rein. Denn da soll ja der Gang hin und machen hier die Druckplatte hin. Easy oder? Jetzt machen wir die vier Blöcke hier noch weg und machen direkt neben der Druckplatte einen in die Erde. Hier kommt jetzt eine Redstone Fackel an die Seite von der Druckplatte und darüber kommt wieder ein Block. Wir packen jetzt noch ein Redstone drauf und wie wir sehen leuchtet das ganze. Gehen wir auf die Platte geht er aus. Easy oder? Total easy. Jetzt müssen wir hier noch zwei reinbuddeln. Hier kommen jetzt unsere Sticky Pistons hin. Schön an die Wand. Also gerade gucken. Fährt aus. Fährt aus. Super. Genial oder? Also ich denke du weißt schon was jetzt kommt. Jetzt müssen wir hier natürlich nur noch unsere Blöcke vormachen und fertig ist der Geheimeingang eigentlich schon. Genial. Super easy und genial. Wir probieren es mal aus. Es geht und zu geht er auch wieder. Ist jetzt ein bisschen dunkel, aber wir machen uns mal Licht hier oder am besten da. Jetzt kannst du natürlich noch hier drin vollkommen nach deinem Geschmack wie du möchtest bauen. Deine geheime Base. Alles hier drin. Wunderbar anlegen. Wir machen mal hier so hin. Dann machst du hier vielleicht ein Bett hin und da. Die machen wir mal weg und eine Türe hin. So. Hast du hier deine Geheime Base wo du alles anlegen kannst wie du möchtest. Gehst raus auf die Druckplatte. Raus zu. Nicht mehr zu sehen. Wenn du jetzt zum Beispiel wieder kommst von einem Beutezug auf die Ecke. Danke. Reine. Tür zu. Und fertig. Keiner findet dich mehr. Sehr genial oder? Wenn dir dieses Tutorial gefallen hat, dann lass doch einen Daumen hoch da. Würde mich auf jeden Fall sehr sehr freuen. Du darfst natürlich auch gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst und sogar gratis Edenout wirst. Und wenn du noch andere Ideen hast, hau es in die Kommentare. Ich hoffe ich sehe dich im nächsten Video wieder. Und sage bis dahin. Ciao mit V. Euer Ede. Ciao mit V. Euer Ede.